Jo Leute, was geht? Und jetzt willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen Car-Duplication-Glitch zeigen. Mit diesem Car-Duplication-Glitch könnt ihr euch im Minutentakt die Autos duplizieren. Leider ist der Glitch nicht solo, das heißt, ihr benötigt auf jeden Fall die Hilfe von einem Freund. Ebenso benötigt ihr ein iPhone-Kennzeichen, ansonsten wären das alles schmutzige Kopien. Ebenso benötigt ihr noch eine Basis. In der Basis braucht ihr eine Avenger mit einer Fahrzeugwerkstatt. Und in der Basis muss ich dann das Auto befinden, was ihr duplizieren wollt. Einfach ein Winnie Easy, komplett aufgetunt. Der gibt dann bis zu 1,8 Millionen. Und ja, ebenso benötigt ihr noch so viele Elegy's in der Basis, so viele Duplikate, wie ihr euch erstellen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, dann lasst uns auch direkt losstarten. Begibt euch zunächst zu einem Elegy, steigt einmal ein, fahrt dann aus der Basis raus. So, draußen angekommen, müssen wir unseren Freund einmal einsteigen lassen. Wir begeben uns dann wieder zur Basis. Wir gehen dann jetzt zu dem Fahrzeug, was wir uns duplizieren wollen. Jetzt müsst ihr euch beeilen. Ihr drückt jetzt, sobald ihr eingestiegen seid, sofort steuert kurz nach rechts. Irgendwas an den Bremsen ändern. Fahrzeug wieder verlassen. Das müsst ihr wirklich sehr schnell machen. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr da schon die erste Kopie erstellt habt. Ja, jetzt werde ich euch zeigen, wenn wir uns eben noch die zweite Kopie erstellen. Einfach wieder in ein Elegy einsteigen. Aus der Basis rausfahren. Draußen angekommen, das Auto unserem Freund wieder übergeben. Wir begeben uns dann wieder in die Basis. Wir laufen wieder zu dem Easy. Drücken steuert kurz nach rechts. Kurz was an den Bremsen ändern. Fahrzeug wieder verlassen. Und dann werdet ihr sehen, dass wir jetzt auch schon die zweite Kopie haben. Und ja, so könnt ihr euch wirklich in Minuten-Takt die Autos duplizieren. Und ja, denkt dann, dass ihr ein iPhone-Kennzeichen benötigt. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.